Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich wieder mit Finmax und meinem Kleinkonto. Ich habe mit 1.021 € angefangen. Inzwischen bin ich bei 2.119,95 €. Das macht einen Gewinn von 1.098,95 € und einen durchschnittlichen Gewinn von 1.098,58 € nach 12 Tagen. Meine Einstiegsstudien sind 25,63,158 €. Hier steige ich ein. Bin jetzt insgesamt zweimal drin. Nakel sind beide Trades im Gewinn. Okay. So. 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 Es sieht gut aus, er sinkt weiter. News hatten wir in Australisch Steuer, Japanisch Yen, Euro, US-Dollar und Kanadisch Dollar. Vielen Dank. Beide Trades habe ich deutlich gewonnen. Das entspricht einem Gewinn von 65,12 Euro. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann sich noch bis 31.12. bei mir melden. Wie gesagt, die erste Rate muss bis 31.12. bezahlt worden sein. Oder eben die ganze Summe. Jeder kann die Strategie erlernen. Man muss es nur tun. Bis zum nächsten Video. Bye. Bis zum nächsten Mal. ache